hallo und herzlich willkommen zum halbfinale von minecraft so an 2 mit dabei ist der perfekte besser lieb und die meinten die player und opa wie versprochen gibt es natürlich eine neue map und ich finde die ist sehr süß die ist so dick wie der körper von uns die und die kunden stehen die kuchen die machen wir dann auch weg ok also genau was ist natürlich organisiert wir vergessen ja wir haben hier und schöne base für euch gebaut er da eine kleine anfangen das anstatt nehmen dann wenn ihr alles rausgenommen und zählt wieder drei zwei eins runter für den countdown oh jetzt aber hier julio bist du da ja hier ich bin nachher holen bei mir noch mal gehen damit ich euch sehen ja oder halt auch nicht wenn auch nur in der reihe und die hälfte genau unsere tradition es sind die auf der letzten Säule 16 Kissen wieder verteilt und immer wird 16 er ist nicht ja ob man nach rechtsgleich wie bei 8 Christenbrunner bis er wirklich sehr gerecht verteilt auch der sie mal so sehr gerecht verteilt also alles wunderbar da haben wir er hat die Städte da ist ein Hacker dahinten ja ich sehe dann wenn ihr soweit bereit seid dann sage ich dir die Schutzzeit an Kicksadidu Kicksadidu ja er ist hier bei mir mt-ball ist jetzt auf der 3 2 1 runter ok er hat eine dritte Lydio sieht mich nicht Ja, ich seh Ja, Hacker Jetzt soll ich den Rejoin oder? Ja, Rejoin oder? Hey, ich seh irgendwie keinen Drinnen bleiben Doch, jetzt seh ich Opa Ok, dann? Seid ihr bereit? Dann machen wir den Kuchen weg Dann beginnt die Schutzzeit In 3, 2, 1 Los Los gehts Daddy Ok Opa, so Da ist einfach nichts drin in der Kiste Gönn dir Er hat noch eine Kiste Interessant, dass du nichts drin war Entschuldigung, viel Spaß auf den neuen Map Danke, Bruder Danke, Bruder Ja, stimmt Ja, stimmt Ja, Schilder Die Schöne ist dann Jetzt auch vorbei Ok, sie kommen Komm rein Oh Gott, ich seh die Komm Ich hab ihre Kiste so Die haben auf die andere Seite der Map Wenn auf die andere Seite der Map Jo, komm Warte, komm, warte, 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 wie gleich Gibt's hier was so oder so Warte Weh meinst du so aus Warte so, erstmal vorsichtig sein Ich seh, komm Dau, nein, nicht rein gehen Ja, ja, ist mir klar Oh Gott Dann sind die hin Oh nein, renn, 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 hier lang Renn, renn, hier lang Ok, komm, komm Hab'n einmal getroffen sogar Egal, ich reken eh wieder Ich weiß Die ist ja nicht gekommen Lodio Eisenstiefel Komm hier ins Haus rein, komm hier ins Haus Ja, ja Cool Hier ist ein Eingang sogar Komm Ok Boah, alter spannend Alter Schwede Ok, gut Ja Oh Nein, pass auf Nuna, chill, 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 chill Will Ich chill, komm zurück Upa Ok, ran hier, außen lang, außen lang Komm zurück Da legen wir das Haus in Brand Jo Das Haus in Brand Oh Gott Nein, Nuna, lass, 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 lass Egal, wo du herkommst, ich komm und lege dein Haus in Brand Komm, nein, komm Ok, okay Kick Daddy Warte, das noch Nee Kick zu dir, komm Ähm Unglut, ja, gut Nee, hier ist unsicher, renn weiter Renn weiter, Kick Daddy, komm Ja, ja Warte, Lodio, weiter, komm Ich muss essen, ich muss essen Ja Ok, renn weiter, renn weiter da Renn, renn, renn Renn weiter, renn weiter Opa, Opa, Opa Lodio Oh, krass Ja, Opa Nein Lol Ja, Alter Ja, und das sind wir in der zweiten Runde Es steht 1 zu 0 für Lodio und Opa Und, ja, dann gebe ich das Wort an, Oortrex Ja, wir haben jetzt ja einen kleinen Fail gehabt, dass wir Keep Inventory aus hatten Wir wussten nicht, dass das von der Map abhängig ist und haben jetzt halt die Map gewechselt und dachte, die Einstellungen wären gleich geblieben, aber war es halt nicht, wir haben uns jetzt auf eine Startausrüstung geeinigt, eine neue, die minimal verbessert ist und ja Ok Das Problem war einfach so, dass das Keep Inventory mit resettet wurde durch die neue Map und ja Ja, genau, dann bauen wir jetzt schon mal wieder alles ab und Aber, ey, was ist jetzt, wenn wir verhungern, weil wir haben jetzt beide noch, alle noch ein Stay, äh, drei Steaks und ein Brot und Es gibt ja kaum noch Ich hab mir gerade mal kurz hier ein paar Kisten angeguckt Ich hatte auch viel mehr Essen Ich hab gerade ganz viele leere Kisten noch gefunden Und sonst wäre egal, jetzt haben wir den Ekologen und zum, als noch ganz viele volle Kisten daß ich hab nur ganz viele leere bekommen Okay, okay, dann machen wir die Kuchen noch weg Ja, ja So, dann schutz die Schutzzeit in drei, zwei, eins und los Ja, die Kuchen stehen hier noch Ja, ja, ich bin, ich seitdem, komm Was ist denn, du hörst du noch eine Kiste oder so? Nee, ich hier müsste Offen wir vorhin jetzt nicht zur Wahrtikkonferenz einfach hier rein er kann planen da ist nichts drin doch doch da die Kiste kommt schon offen ja ja und sicherlich etwas auf dem also noch ein Teil der ersten droht ich gebte wir müssen essen um da war so hat man schon sagt was sie vorbeik er hat das Leben was du ja du musst so ein Traum rauskommt die Seleckel drum Prozent kritisiert was du ja jetzt warte mal kurz bitte ja ja geht's wieder hat hallo warten nee er legt rum wie scheiße er hat dann keine ahnung ich redest du ja ich rede die ganze zeit ja du leckst richtig rum warte mach ich eben den karton und ja warte geht es wieder geht es ja jetzt geht es wieder jetzt geht es wieder okay wenn man auch mal geht okay also hat er die anzeige stimmt okay gut in ihrem allerer alt geht es weiter okay los okay oh Gott das war eine Kiste das ist nur warte ich gebe dir mal ein paar Pfeil ab ja also da okay da hinten ist noch eine Kiste kommol die wir werden nicht von mir weg Prozent also Schutzzeit war es in der Reihe also das heißt ihr könnt euch jetzt schon wenn ihr wollt jetzt schön verkommst raus die nach der hinten ein Kind ist noch da hinten jetzt Papier es liegt da hinten ist es liebster Park er könnte ich kann auch mal meine Mäste das ist so wie es wird das ist so wie es wird A1 ja auch in der Seite im Haus der Wartel in der Region Kiste so warte okay wie verstehst du ich weiß nicht was jetzt hier meinst er hält zu uns kommt zu uns kommt er hat sie aus dem Fenster springen wir sind unten geht's da die ach ja ich sehe ich immer noch da ums Leben aber ich hab das gerade mit dem Fenster gesehen hi hi OP der Rentner ist am Stüssel lass mal weggehen Rudio k lass angreifen jetzt der Stille das ist wieder hoch Kekse nee Hacker oh Gott ok Angriff ja sieht man ok alter Kekse komm komm Kekse komm hier Upsi oh mein Gott Kekse hey oh Gott oh Gott okay Opa chill oh nein ich will deine Base jetzt ich will deine Fälle verschießen Aua komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch Rudio pack 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 Kekse nein was 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 gegenseitig ja ja als letztes ja ist es dann unentschieden ja als letztes hat auf jeden Fall Ludio Player gelebt habe ich gesehen ja aber wenn gleichzeitig gekillt wurde oder das ist ein Problem im Einkommen da kann man sich gleichzeitig töten und ja ja es waren halt das letzte 1-2-1 gleichzeitig gewesen ja das sind unentschieden ja ich würde sagen ich würde sagen ja ja ok dann wird's nochmal spannend jo jo dann geht's nochmal ok dann mach ich nen kleinen Cut bis gleich jo bis gleich bis gleich ja und das sind wir in der sozusagen dritten Runde ähm steht immer noch 1-0 da sie sich ja gleichzeitig gekillt haben und ja es gibt nochmal ne Schutzzeit von 30 Sekunden die beginnt dann in 3 2 warte 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 wir müssen jetzt mal hier abbauen ja stimmt das wäre vielleicht sinnvoller ja ich bin so einer ich bin geil ok oh ich bin geil dann würde ich jetzt sagen wenn du soweit bist mit deinem Abbau auf der anderen Seite hau rein 3 ok 3 2 1 und los Biko komm wir gehen jetzt nochmal irgendwo rein waren wir da schon drin ich glaub nicht nein doch da obwohl hier ist ne Kiste hier ist ne Kiste ne noch nicht ne das hier waren wir drin ja dann komm hier ran komm 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 schnell warte ich hier war logisch so stimmt hier war das jetzt ok ok ich hab auch in meiner rennt zurück ich hab auch in meiner eigenen Aufnahme so eine richtig versteckte Kiste bei seinem Haus in der Ecke gesehen wenn die Schutzzeit ist dann okay jetzt auch vorbei ja zu Ende okay ok 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 ähm so was machen wir jetzt ähm auf jeden Fall sollten die vielleicht nicht sollten wir das nicht dazu kommen lassen lass uns die denn in den Haus gehen was mhm ist ein 1er Typ Gott, pass auf Pass auf Opa, geh, geh, geh Kriegst du die, komm Ja, Achtung Lass, lass, lass Du hast genug Fallen Nein, doch nicht, doch nicht, Renek Chewhead, doch Renn weg, renn weg, renn weg Ja, chill, 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 komm Kriegst du die, rennen? Ja, ja, ich rennen Die chillen, die chillen Hier lang, hier lang Nein, du warte noch, was gesessen Ja Ja Ja, Mann indeed Oh, voll auf 2 Oh, denn krass leckert sich der Karte ich leckert wieder Schraube und Rennen Rennen einfach rennen ja wenn ich das heute mit dem Internet geht grad gar nicht das sind wir machen so klar nichts und das nur hier als ich nicht ich würde sie ändern wenn ich das so die Zerb auf dem was so oder so oder runter hab ich alles eben geguckt Klickseidi bleib hier ja ja Opa was machst du? Sneak auf die andere Hälfte sie sind der Ratte noch Pfeile fuck fuck Opa geh weg ihr seid ihr geh weg Rennerin deutschland komm 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 schnell ja ok lijn log Klickseidi lekt ja ich hab's kann fass ok GG 2 zu null ok ok Doch, wir und Opa sind damit dann im Finale. Genau. Aber es hat trotzdem Spaß, hier mit dabei zu sein. Und nächstes Mal, The One 3 soll 4 gegen 4 sein. Ich sag's euch. Ja, klar. Organisier du mal die Kämpfe, dann machen wir das. Es ist genau das Gleiche, nur dass wir mehr dabei sind. Organisier mal die Kämpfe. Dann machen wir das. Ja, okay. Okay, das war's dann. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ich will dich dazu.